Moin, ähm, da viele das Problem haben, wenn sie einen Mod konvertieren, dass da einige Texturen weiß sind anschließend, habe mich dazu entschlossen, dass ich mal ein kurzes Video mache, was leider zu lang wird, um es bei Discord hochzuladen, deswegen stelle ich das mal bei YouTube rein. Also, das kann man so machen, die feine englische Art ist es zwar nicht, weil die Texturen, die dort weiß sind, werden oder wurden im 19er aus dem Standardspiel geladen. Das heißt, die Texturen dafür sind nicht im Mod drinnen selber, sondern die wurden nur in der i3d, ähm, angegeben und wurden dann aus dem Standardspiel, ähm, geladen. Dort, wo auch die ganzen anderen Standardmaschinen ihre Textur laden, da wurde das dann einfach ausgezogen. Ich würde zwar im 22er eigentlich immer noch neue Lichter verbauen, aber weil ja einige Maschinen zum Beispiel spezielle Lichter haben oder, was weiß ich, man einfach es nicht machen will. Weil der Aufwand sich ja einfach nicht lohnt, wenn man den Mod für sich behält. Wollte das jetzt einfach mal zeigen, wie man es machen kann. Ich habe dazu jetzt einfach mal einen Mod von mir aus dem 19er, den ich mir konvertiert habe, mit Lichter aus dem Standardspiel, in einen extra Ordner auf den Desktop gezogen. Einmal habe ich ihn schon umgenannt in FS22 und einmal FS19. Dann, was ihr machen müsst, geht ihr in den FS19 Mod rein, sucht euch die i3d, öffnet sie mit dem alten 8.2.2 Giants Editor. Wartet ihr, bis er geladen hat, habt ihr den schon mal offen. Dann geht ihr in euren FS22 Mod rein, sucht euch dann nochmal die i3d raus, löscht euch dort die i3d, obwohl. Kopiert ihr euch hier erstmal den Namen, wie die i3d heißt. Anschließend löscht ihr die i3d samt der i3d Shapes Datei. Dann geht ihr wieder zurück in euren GE. Geht auf File oder Datei. Ich habe den Giants Editor jetzt auf Englisch. Kann sein, dass es bei euch anders aussieht. File, Export all these files oder alles explodieren mit Dateien. Klickt drauf. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. Der Pfad hier stimmt tatsächlich schon, aber ihr müsst dann nochmal den Pfad raussuchen, wo ihr es hinhaben möchtet. So, ich sucht euch euren Ordner mit FS22. Geht da drauf. Klickt da hin, wo die i3d vorher war. Ich habe das, mache ich eigentlich immer, i3d oder hier den Mod schön aufgeräumt. i3d. Dann bei Dateiname habt ihr euch ja vorher den Namen der alten i3d kopiert. Macht ihr STRG V oder rechtsklick und einfügen. Dann habt ihr unten den Namen. Geht ihr auf Speichern. Dann fragt ihr euch hier zwei Sachen. Die beiden verneint ihr. Dann könnt ihr den Giants, du wartet, bis er unten ready steht, dass er fertig exportiert hat. Dann könnt ihr ihn auch schon schließen. Dann guckt ihr in euren FS22 Mod. Jetzt seht ihr, habt ihr hier die i3d und die i3d Shapes. Und jetzt seht ihr schon, sind hier alle Texturen, die dabei sind. Bei mir ist es so, diese ganzen Texturen, die jetzt hier geladen sind, sind aus dem Standardspiel. Die habe ich bei meinem aus dem Standardspiel bezogen. Deswegen sind sie hier. Die Dateien waren schon im Mod Ordner drin. Sind auch hier in meinen alten Texturordnummer drin. Wenn ihr jetzt jedoch die i3d hier mit den neuen, 9.0.1, scheint sie tut, oder ich weiß, das ist noch die alte Version, öffnen wollt, werdet ihr ganz schnell feststellen, ist doch gar nichts da. Der Mod ist ja unsichtbar. Ja, das liegt da dran, weil ihr noch nicht die, ähm, sag mal schnell, die Pfade zu den Shadern angepasst habt. Habt ihr hier auf der Seite den FS22 Mod. Auf der anderen Seite öffnet ihr den Ordner mit dem 19er Mod. Geht ihr rechtsklick, Edit with Notepad++. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt hier noch ein paar andere Sachen, wenn ich noch für einen Kollegen noch schnell was pfuschen musste. Die schließen ich nochmal schnell. Habt ihr hier die 19er i3d geöffnet. Und dann öffnet ihr die 22er i3d auch nochmal. Zack, das ist jetzt die, seht ihr schon hier die Texturen. Das ist jetzt mit, nirgendwo ist mehr Data, oder Dollarzeichen Data. Und hier überall ist noch Dollarzeichen Data. Dieses Dollarzeichen Data deutet darauf hin, dass es aus dem Standardspielverzeichnis geladen wurde. Zack. Dann kopiert ihr euch dieses Dollar Data. Geht hier hin. Und guckt ihr, hier ist ein FS17 Shader. Den kann ich eigentlich nicht wieder benutzen. Das ist jetzt mein Fehler, weil ich im Schlüter noch alte Texturen habe. Den lasse ich jetzt einfach so. Aber hier zum Beispiel ein Dashboard Symbol Shader. Macht ihr vorne, fügt ihr vorne Starter S ein, oder dieses Starter ein. Dann Mirror Shader, Mirror Shader. Da genau dasselbe. Und Vehicle Shader auch. Das ist jetzt einfach nur Wickel Shader und so weiter. Standard nur, weil, wenn man sich die Mod anguckt, sind jetzt hier alle Shader mit drin. Da ist ein Dashboard Symbol Shader und so weiter. Das sind jetzt jedoch die 19er Shader. Und wir wollen sie jetzt ja durch die 22er Shader ersetzen, dass wir den im neuen GE auch noch sehen können. Dann öffnet ihr hier einmal euren Ordner. Dann geht ihr in den Pfad, wo ihr den LS installiert habt. Bei mir ist es unter mein C-Laufwerk, Programme 86, Farming Simulator 22. Dann geht ihr auf Data. Dann geht ihr auf Shaders. Guckt ihr jetzt hier. Vehicle Shader ist das. Da unten habt ihr den Vehicle Shader. Das heißt, ihr kopiert euch hier Shaders, also Data, Shaders, Steuerung C. Fügt es hier ein. Dann hier, diese Striche. Die sind jetzt nach links oben hingerechnet. Von links oben nach rechts unten. Den müsst ihr durch ein von links unten nach rechts oben ersetzen. Aber den Eintrag mache ich oder stelle ich euch unten noch in die Kommentare mit rein, dass ihr euch den dann einfach rauskopieren könnt. Dann haben wir den einen Eintrag fertig. Dann kopieren wir uns das einfach. Shows C. Dann gucken wir, müssen wir noch den Mirror Shader raussuchen. Da. Mirror Shader. Das sage ich euch jetzt. Werdet ihr in den bei Shaders nicht finden. Geht ihr zurück auf Data. FS19 Support. Shaders. Und dann ist es hier. Mirror Shader. Mirror. Okay. Habe ich da jetzt was Falsches erzählt? Ich glaube, da habe ich jetzt was Falsches erzählt, oder? Ah, nee. Ja, ich habe, Entschuldigung, ich habe was Falsches erzählt. Ähm. Der Mirror Shader ist auch in den Data drinne. Entschuldigung. Da habe ich mich vertan. Dann kopiert euch hier das, was ihr gerade eben hingemacht habt. Das Dollarzeichen Data, Schräg, 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 Schräg. Und fügt das dann vorne bei Mirror Shader mit ein. Steuerung V. Habt ihr den Eintrag auch richtig. Dann den Dashboard Symbol Shader. Öffnet ihr euch wieder den Ort. Ähm. Den findet ihr hier aber nicht. Den, den findet ihr tatsächlich unter den FS19 Support. Ähm. Dashboard Symbol Shader. Hier, Dashboard Symbol Shader. Dann, hier oben müsst ihr euch kopieren. Hier, Data FS19 Support Schräg, 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 Schräg. Schräg, 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 Schräg. wir hier noch einen anderen drinnen nein das war es tatsächlich datei speichern das ist jetzt die fs 22 datei dann öffnen wir uns den ordner wieder mit der fs 22 datei die 3d ja dann können wir sie jetzt mit den neuen ge öffnen und gucken ob das ganze geklappt hat und siehe da der schlepper wird zumindest schon mal angezeigt und viele texturen werden lernen die dateien die jetzt über den fs 17 shader geladen werden oder 19 er geladen wurden werden jetzt nicht mehr geladen da der veraltet ist das sagt euch auch wenn ihr auf fenster konsole konsole da unten konsole geht sehe ich euch die mal größer sehen wir hier ero outdated custom shader den fs 17 shader den erkennt er nicht den soll man konvertieren aber das weiß ich jetzt noch nicht wie das geht und dann sagt ihr noch warning old shape format und den filter zu beheben müsst ihr den einfach einmal speichern und den warning shape from der i3d ist zu groß liegt daran einfach dass die schlüter ein bisschen mehr polis haben und den kann man so einfach nicht beheben da müsste man ein bisschen was anderes machen so jetzt sagt um den old shape format zu beheben einfach einmal speichern die 3d schließen und dann nochmal öffnen im neuen ge und siehe da es ist also der fehler ist ist nicht mehr da ist verschwunden der fehler ist behoben die einzigen beiden die jetzt noch da sind dass die shape zu groß ist und dass der shader der fs 17 shader zu alt ist eine outdated version hat und wir sehen jetzt hier textur von den lichtern ist da das haben ja viele dass das bei denen ich geht ja das ist jetzt eine version wie man es machen kann wie gesagt ich finde es jetzt nicht so besonders schön weil ja wenn man jetzt nicht so eine angeordneten mod hat wie ich das jetzt hier gemacht habe die alten shader kann man jetzt übrigens auch wieder rauslöschen 17er stelle nicht dann ist das halt alles ist der ganze mod nicht mehr besonders überblicklich und einfach nur noch zugemüllt mit irgendwelchen texturen und so weiter finde ich persönlich nicht so schön funktioniert zwar aber ja ich würde selber neue lichter oder neue umleuchten und so weiter immer wieder aus dem standardspiel sprich aus dem 22er laden die texturen weil das auch für die performance vom mod besser ist ja der mod dann halt auch deutlich kleiner wird ich hoffe es hat euch geholfen wenn ihr hilfe braucht schreibt es bitte in die kommentare oder wenn ihr wollt dass ich dann noch mal ein video mache wie man lichter rund um leuchten felgen oder sonstiges aus dem standardspiel verbaut bitte in die kommentare schreiben und wenn ihr doch noch mal hilfe braucht und nicht weiter kommt kann ich euch auch gern auf discord helfen schreibt mich da einfach zu an ich schreibe euch meinen namen einfach mal in die infobox bis dann haben noch einen guten rutsch ins neue jahr ich hoffe ihr hattet schöne feiertage ja 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 ja